Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. In der heutigen Folge versuchen wir Chase Gell zu kriegen, ihn zu holen. Es ist auch gar nicht mehr so weit, wir müssen jetzt eigentlich nur diese Straße hier lang fahren. Dann hier einmal links runter und dann sind wir schon dort. Auf, auf und davon. Auf, auf und davon. Jetzt ist hier wieder der scheiß Konvoi, na? Tja, wie schau ich mir den jetzt eingeholt? Nein, der ist da hinten, der ist ein anderer wieder. Oh, der ist so schlecht. Was, 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 was? Motherfucker, Alter. Also, wir halten mal kurz fest. Wir hatten jetzt schon Gegner, an denen wir gerade vorbeigefahren sind. Die haben 20 Jahre gebraucht, um uns zu entdecken. Und an denen sind wir gerade vorbeigefahren. Und die haben instant uns fast entdeckt. What the fuck, Alter? No Commentary, Digger. Oh, das ist aber ziemlich tote Hose. Was ist nicht gerade viel los? Wenn wir mal mehr ehrlich sind. Das geht dich nichts an. Das geht dich auch nichts an. Ich bin auf einer heiligen Mission. Ich bin auf einer heiligen Mission. Ich bin auf einer heiligen Mission. Easy peasy. Ansonsten ist hier nichts mehr. Alles erledigt. Sehr gut. Was ist das? Anybody who shows up here looking for a fight, ain't all there. Damn. What the hell? Patterson is... Do you believe all those rumors, man? About choppers getting shot down? Nothing in my area. I better get skills. Nothing to do here. No one here. Okay. The shit is done. I have only one thing. Ahem. Ahem. Uh, something's not right. Where the hell that could... Oh, there are already the Gebäude. Oh, there you go. Ahem. 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 Ich bin hier. Ah! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich will wieder andere Handschuhe haben Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja, ich habe das auch gemacht. Das bringt nur ein Teer zu meinem Eindruck. Geh, geh, geh! What the fuck? Walker! Hill. Verrieterschwein. Schön zu sehen, du Nomad. Schön, dass du noch auf dem Boden bist. Nein, danke für deinen Lacken zu versuchen. Du musst wissen, dass das nicht persönlich ist. Er hat einen Grund für hier sein, und es macht Sinn. Hey, nicht ein Idiot! Das Mann ist ein Traitor. Er ist ein Revolutionärer. Und wir haben ein Plan, um die Welt besser zu machen. Du hast meine Soldaten. Du hast Weaver. Wir haben entschieden, und wir haben die Lacken. Die Lacken zu machen. Die Lacken zu machen. Die Lacken zu machen. Die Lacken zu machen. Wir müssen hier raus. Das ist ein Weg. Oh, der ist richtig pisst, Alter. Du Scheiße. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war ja mit dem Hill irgendwie klar. Jedes Mal, wenn wir wollten, dass er helfen tut, hat er irgendwie eine Ausrede gehabt. Hat er immer schön dem Walker gesagt, was wir gerade tun. So, also hier haben wir jetzt alles. Alles erledigt, sehr gut. Jetzt müssen wir ja nur noch den Chasten nach Arrow 1 bringen. Hallo, da. Hilf mir mit Informationen, bitte? Ich versuche. Das ist alles, was ich weiß. Danke. Seid euch selbst. Jetzt kommt hier eine Astrael-Drohne, Digga. Kommst du mal, Digga? Ah, what the fuck? Ganz kurz mal wieder die Dinger hier anpassen. Ja? 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 That's cool. At least, Fox and Harmony made it out, okay? This isn't what I wanted at all! Where are you taking them? There one. That cave where a bunch of homesteaders are hauled up. Fox is there too. Oh, da werden wir hier. Der CEO von Skeltec. Ja, ich weiß, wie er ist. Wie lange haben wir nebenbei? Hm? Vielleicht sollte man sich befreundet, bevor du brauchst. Ich bin falsch. Ich dachte, du und deine Freunde waren zu sein. Es ist schön, dass du dich endlich kennenzulernen. Ja. Vox war richtig. Er war nicht hinter Sentinels' takeover. Walker war. Jetzt sind sie hinter ihm, weil er kann die Dronesen wegnehmen. Und du denkst, es ist eine gute Idee, bringe die Ake-Head hier? Du willst ihn zu den Wolfen? Es ist besser als die Wolfen kommen hier. Jace! Oh, Harmony! Är du okay? Är du hurt? Ich bin okay. Wir missen dich. Är du mit uns bleiben? Harmony, ich weiß nicht, ob das... Mads? Ist er zu bleiben? Du musst ihn bleiben. Du musst ihn bleiben. Ja. Okay, 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 okay. Natürlich kann er bleiben. Awesome. Los geht's auf dein Computer. Mads, danke. Ich werde alles für dich und deine Freunde machen. Ich versuche dir. Du bist also nicht. Wie viele fischники alle integriert werden? Aber bei dem, dein Dad hat etwas als erneutes. To show you. der ist das hier für einer richtiger soldat hier ja 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 Der Boogie ist richtig im Skalieren. 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 Kann ich das jetzt wirklich hier draufklatschen? Wenn man ihn wollen. Zumindest die hier. Zumindest die hier. Der Boogie ist richtig im Skalieren. 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 roomantage ist nicht richtig im Skalieren. Der Beste ist nicht so weit. Der Boogie ist richtig im Skalieren. Wie geht es jetzt mal Vielen Dank. So, das sieht doch wild aus. Sehr nice. Fähigkeitspunkt. Fühlt uns noch einer für die nächste Markverbesserung? Oh, die Schuhe wurden wieder verändert. Ah, er kotzt mich zusammen. So, wir müssen zu Fox. So, is the broadcast having any effect? Group of outcasts saved my ass out there. Might be a good idea to join forces. Denen kann man schnell auch noch später irgendwas machen. Bei den Jays. Sehr wahrscheinlich sogar. Oh. Mal gucken, wie es jetzt so hier weitergeht. Und wo führt uns die Story hin? Mads said you had something to show me. Jays. Oh, Fox. It is so good to see you. So great. Thank you for trusting him. He's here. But I'm still making up my mind about him. Shaw said you had something. This is important. Someone's still with the company. They sent me this video they shot with their smart glasses. Just sit there and shut up. Help us. Shut up. Do something. This didn't have to be unpleasant. Daddy. I'm just the guy you need for your wonderland. Dad. I appreciate mid-level managers who still get their hands dirty. Don't you? Get them in the truck. Move it. Quit your catcher, Wally. Won't have any of my guests crying like a virgin on promenade. Let's go. Don't you blare at me, you son of a bitch. I'm a simple man. You promise to cooperate. And as you can see, I do not abide broken promises. My God. That's Trey Stone. He's the CEO of Sentinel, a private security firm. And you hired him? Not to do that. Miles, a government liaison. He suggested I hire Stone. Peter Miles. He's a company man behind Operation Greenstone. He sent us here. Did that asshole set us up to fail? Matt, I hate managers like that. You were never like that, Jason. Shh. How involved is Peter Miles? Uh, someone bombed one of the labs at Manganui. The bombing was enough to push me into making lethal drones. Miles showed up with the funding, and we created the Omega security program. And then, uh, Walker came on board as a military advisor. And when you tried to shut them down, they took over. We need to get you civilians off the island. And I need to get reinforcements. I've been working on a way to make that happen. Yes! That's my homie. I-I found a flaw in the drone control program. I'm working on an exploit, a virus. It can take control of a single sector of drones. That would allow a ship to leave the island. Yes. But I need help. If it's enough to let troops land, I'll land a hand. Thank you, Nomad. Really. I'm setting up a workspace. Come by, and I'll tell you what I need. This feels awesome. Like, before, before I just felt like a big wimp. You know what I mean? My stomach was all acidy, and I really just wanted to eat some fish tacos. But now, I mean, this feels great. Like, we're going to kick some ass. This feels awesome. The fuck, man. I'm shooting him. What are they doing? What are they doing? What are they doing together? All right. Tell me about this engineer you need. Paula Madera. She's my drone expert. She's brilliant. I can't write this program without her. I know she's still on the island, but she left Scaltech right after Sentinel arrived. Where are they after her? I have no idea. All I can tell you is where she used to live. It's a start. Okay. Christina Gromber. Maderas Haus finden in der Wohnanlage Ettrick im südlichen Teil der Region New Stirling. Die Wohnanlage. Ach du Scheiße, Digga. Das ist am Arsch der Welt. Jesus Christ. Ich brauche einen Helikopter. Wie soll ich sonst runterkommen? Tourheilmittel haben wir hier. Da ist es weit weg. Okay. Wie machen wir das jetzt so? Also fahren kann ich das auf jeden Fall nicht. Ich muss mir hier ein Helikopter holen. Beziehungsweise ist es morning. Fahrzeug. Overseer. Über den Russen. Den russischen, Alter. Okay, sind wir noch am Laufen jetzt, weil ich wieder das Lager aufgeschlagen habe? Okay. Oh, sieht das geil aus mit der Rüstung. Ich feier's. Oh, das ist geil aus. Oh, das ist geil aus. Das ist ein gutes Stück. Oh, das ist geil aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020